Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 auf der Nordrischmarsch für eine wohnerschönen guten Tag wünsche euch. So in der letzten Folge sind wir hier beim Breschen stehen geblieben. Ich fahre mal den Brescher auf dem Hof. Dann muss ich den Anhänger zurückstellen und auslernen. Dann muss ich mal schauen was als nächstes zu tun sind. Ein paar Tags Wahnsinn zu waschen. Gras sammeln steht an. Und sorry für die langen Pausen damit keine Videos gekommen sind. Ein Infovideo darüber wird noch in der Infobox erscheinen. So. Den können wir hier hineinstellen. So. V X Muss ich erst wieder reinkommen. Und dann schauen wir mal was als nächstes zu tun ist. So. Den müssen wir waschen. Den können wir nach Hause schicken. So. Ein paar neue Mods sind draufgekommen. Die zeige ich euch auch noch. Ja. Ah der ist fertig. Den können wir zum Feld wieder stellen. Schreibt mal in die Kommentare, ob sich, ob ihr euch schon freut auf den LS19. Schreibt mal in die Kommentare. Ja. So. 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 Er ist bald fertig, den können wir wieder erklären und dann müssen wir schauen, was noch ansteht. Den können wir nach oben schicken zur Dieselrafenerie. Und dann können wir nach oben schicken. oder das machen wir später ok den können wir auslernen wie sieht es denn eigentlich mit den Feldern aus feld 20 wächst gerade ok dann können wir feld 1 grubbern ok dann stelle ich den Hänger mal zurück schreibt mir in die Kommentare welchen Traktor ich als Nixis kaufen soll wenn ich Geld habe den Höhlemann könnte man theoretisch verkaufen so 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 Okay. Den könnten wir eigentlich auch zurückgeben. Und damit tun wir mit den hier grubern. Na, zuerst nummer 10. Äh, düngen, wenn ich. Habe ich mich fies gefahren, war toll. Wie viel Stroh haben wir eigentlich? Heu haben wir gar nichts. Stroh haben wir 100.000. Ja, das können wir doch einsammeln. So. So. Zwei Vorgewände. Let's go. Ja, das sieht gut aus. Speichern. F1. Tinga. Boy. Okay. So. Der ist bald fertig. Was wollten wir mit dem? Den wasch mir mal kurz. So. 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 Wo soll das gerade hinlegen? So. 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 Der ist sauber. So. 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 Und werden. So. 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 packt als geile, dann den IHT, einen FastTrack 8000 und so noch ein paar Sachen. So, dann den Fendt noch, dann den Fendt noch, als Krone-Pack, als Fatuna-Pack, den Anhänger, dieses Peck, den Unimog-Peck, Abfüllanlage, Stapler, haben wir sonst noch was, hier noch ein paar Sachen und ein paar Pressen, ja. So, fahren wir mal einmal zur Liefrafenerie. So, dann müssen wir hier links. So, dann laden wir das Wort noch ab. Dann müssen wir schauen noch, was wir als nächstes ansehen. Das war jetzt für eine Lex hier. Jetzt sind wir da, ich kann leider ein paar Mal mit mir. Ich freue mich ja schon richtig auf den LS9, den 20. November. So, jetzt sind wir hier. So, jetzt sind wir hier. Speichern. Hoch. Diesel. A-Fern-A-N-R-L. So. Das geht dann. Abladen. Jetzt können wir uns gleich fahren. So, dann gehen wir das schnell abladen, dann stellen wir den wieder ein, dann fangen wir einen Kurs zum Hochwäder von der Dieselraffinerie, dann können wir den schon zum Stroh ernten einsteigen, dann können wir das Feld sehen, das Gras soll düngen. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, ein Like da, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.